Bin ich online oder was? Bin ich online oder was? Hast du gedrückt? Pass auf, Matty, wir haben hier keine Klopapier mehr. Die Bootsfrau, die kommt ja nicht ins Zimmer und da hab ich mir gedacht. Wir machen die Windel selber. Und so kann ich nachher auch an den Strand gehen, an den Strand so. Hey, da bin ich der Sommerringer.